Peace, ihr Hasenpfoten und willkommen zurück bei Let's Play How To Survive. Kugelfisch, Markus, auch wieder mit am Start. Kugelfisch! Ja, und wir sind immer noch auf dem Weg zu diesem Dorf, wo Raymond uns hingeschickt hat. Da sollen wir Benzin stibitzen und wir wollen jetzt hier, glaube ich, die Zombies rauslassen, oder? Bist du bereit? Ja, ich auch. Bist du? Hä? Ja! Oh Gott, da kommen schon die nächsten. Was habe ich getan? Bam! Und ab mit dem Körb! Ich bin echt grad voll die Oma. Was ist das? Was ist das hinter dir? Ja, ja, ich weiß. Oh, da ist ja noch einer drin. Er hat sich versteckt. Alter! Hallo, ich kann nicht mehr, ich bin nicht tot! Ja, ich auch. Ich muss aufpassen. Oh, ich hab dich getötet. Ja. Ja, warte, ich hefte dich. Wenn nicht immer mehr kommen würden, muss ich jetzt echt aufpassen. Ja, stirbt mich selber, ne? Nee. Oh nein, da kommen immer mehr! Nein! Nein! Oh, wo kommen die denn alle her? Oh, Hilfe, oh, Hilfe! So, jetzt nicht die... Keine Panik! Keine Panik, Jada, du schaffst es! Nein! Ja, das war's. Ja, es kam immer mehr wie in diesem scheiß Alarm! Du bist tot! Letzter Checkpoint! Ach! Na dann! Ist ja nichts passiert. Guck mal, hier liegen wir! Hier haben wir die Sachen aufgesammeln. Ich hab mein... Hab ich mein... Ja, hab ich alles noch. Ne, meinen Bogen hab ich nicht mehr. Ja, den kannst du... Naja. Hm. Ja. Er ist wieder beim Alten. Guck mal, hier ist Big Bomber gestorben. Und hier ist Jada gestorben. Man munkelt. Wir kommen hier nicht durch. Ich da rein will, dann will ich da rein. Achso. Ja, brennt! Oh, da ist eine Erste-Hilfe-Git. So, dann lass uns da nochmal aufmachen. Diesmal beide mit mehr... Na, warte, 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 warte. Ich komm hier nicht raus, weil du da hinten bist. Noris, norwan! Okay, wir haben uns gerade beide gegenseitig angezündet. Ja, okay. Ah! Wo kommst du denn her, Alfred? Äh. Was ist mit dem passiert? Er hatte voll den Texturenfehler bei mir. Bin schon wieder tot. Was war denn? Äh. Okay. Safe, safe. Na, ich steh auf. Nee, das war ein Stück Stoff. Ist hier gerade ein bisschen rockerlich. Da kommen wir mehr. Bin Siegern ist da. Sind wir schon richtig hier? Ach, wir haben es schon geschafft. Ja. Ich dachte, ich wüsste gar nicht, dass wir schon im Dorf sind. Tschüss. Ich wohne jetzt hier. Warte, 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 warte. Ich bin gemütlich eingerichtet. Ist alles okay. Mir gefällt es hier. Warte, 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 warte. Irgendwo kann man noch hier speichern, so wie ich das kenne. Ist nicht? Ja, warte. Warum nicht? Na, U4. Na ja, gut. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich zurück zu Raymond. Ja. Was ist hier noch? Der Lichtkönig. Oh, oh. Oh. Was ist das? Klassische Pfeile, ey, das können wir doch schon. Nichts Neues. Ja, toll. Was denn? Mal alle Holzstücke genommen, ne? Ich bin mal so frei. Oh, was liegt denn da noch eine Flasche? Ja, ich hab die Trüche genommen. Gibt's ja noch was? Ja, da geht's noch weiter. Mal willst du da wirklich weitergehen? Nö. Gut. Ich wollte die Strauße am Strand besuchen. Ja, komm. Lass mal zurück. Ja, ich gucke, ob hier noch eine Flinze ist. Nein. Zurück zu Ramon. Ich bin gleich im Gelände. Was doch, hast du nicht eine Heildings? Ja, aber die will ich noch nicht verbrauchen, ey. Ja, das ist gleich. Hatsamm. So, ich sag's, du brauchst. Du chillt hier im Gras. Oh ja, dreh dich doch um. Wird schon wieder tot, weil die sich nicht umdreht. Boah. Ey, was, wenn du erst mal die Zombies tötest? Ja, der hat automatisch dich anvisiert, ey. Hm. Hab ich jetzt auch gesagt. Danke. Nein. 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 Ey, komm, wir sind teilweise so eine Grafikfehler, ey. Oh. Ah, was ist hier los? Alter, ey, f*** dich. Einfach rein in die Masse. Immer rein. Tomatensuppe. Tomatensuppe. Mit Reis. Mit Reis. Oh, Entschuldigung. Will ich mich treffen? Hulli-Jungen. Keine Absicht. Halleluja. Oh, die hätten einen Arm weniger. Toto. Nicht im Brunnen fallen. Ich sauber im Brunnen, ey, ich Idiot. Ist hier irgendwas? Oh. Nein. Stirb. Stimmt, man kann ja auch einen Bogen nehmen, ne? Nicht auf mich schießen, ey. Äh, da musst du richtig zielen können. Klappe. Ist mein Fall. Kannst du mal aufhören? Ego ist, ey. Jedes Mal. Wir müssen nach rechts. Ja, darf ich jetzt mal den töten? Nein, darfst du nicht. Wann du darfst? Müsst du? Ja, jetzt mal hau ich dich um, ey. Ja, lass das Blut spritzen. Willst du mich aufheben? Ja, klar. Wir sind jetzt schon 500 Mal gestorben. Voll die Pro-Gamer, ey. Ey, absolut. Ja, greif den Busch an, Frau. Der Busch ist hier wirklich die größte Bedrohung. Da musst du echt aufpassen. Oh, ich hab dir hier so eine Grafikfehler, hast du die auch? Nee, ich nicht. Das sieht so lustig aus. Okay. Rabon! Der Benzin! Oh, komm her hier, du Pissnickel. Oh, komm her. Ja, wir hoffen. Die Tion abgeschlossen! Wir sind voll erfolgreich! Und ein Levelaufstieg. Dann gucken wir mal, wo wir den rein investieren. Kann man den hier noch weiter aus? Nö. Molotov-Vorratserweiterung? Erhöht die Anzahl, ob da Molotov-Cock ist? Nö. Fähigkeit, Schildbooster herzustellen. Aha. Fähigkeit, Brandpfeile herzustellen. Lässt dich schneller zielen, um dem Gegner einen Kopfschuss zu verpassen. Aha. Ich find dieses Schutzschild eigentlich ganz gut. Ich mach das mal. Und wie mach ich das? Um Fähigkeit, Schildbooster herzustellen. Aha. Ja, hab ich auch gerade. Und wie macht man das? Ach, gute Frage. Nächste Frage. Hm. Ach, wird sich schon irgendwann ergeben. Also, wo müssen wir hin? Äh, warte. Ach, da oben, zu Kovac. Wohin? Wohin? Jedenfalls sieht er aus wie Kovac. Ah, ja, da oben, ja. Da müssen wir noch ganz oben. Einfach am Strand entlang, ne? Ja, ja. Ich will schon draußen reiten. Ich bin schon wieder fast tot, Alter. Mach schon mal die... Ich hör schon an den Mann. Bin tot. Kannst du überhaupt was? Die isst dich gerade. Ja. Ja, und deine tankt da drüben aus dem Blut. Hm. Der macht Yoga hier. Was macht die hier? Na, da ist ein Arm, das eiskalte Händchen. Alter, was ist denn hier los? Ey, diese Grafikfehler, das hatte ich vorher nicht. Das ist komisch. Uah! Da rollt eine Arm ins Wasser. Äh, da rollt einige sind was aber nicht. Also hier war irgendwas. Ja. Hast du eingesimmelt? Ja. Ein Stück Stoff. Oh, ey. Oh, die Löwe. Nö, 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 nö. Schön am Blumenrand gucken hier, ne? Also, äh, oh. Oh. Wo müssen wir hin? Hier steht wer. Ach so, warte. Hallo. Sprechen, sprechen wir mal. So, you are alive. Oh. After all that commotion in the village, I expected to see you dead. But you're alive. Good. Trying to break into one of my huts was not a good idea. I think you realize this now. So, how did you end up in this living hell? Can you remember? No problem. It's the same for me. All a haze. I'm Kovac. Nice to meet you. Don't be alarmed by the, uh, Get up. Just the kind of protection, you know. I've been on these islands for several weeks. I know a little about survival. You're a simple shelter on a neighboring island. You look a little, uh, unprepared. Don't worry. Jump in my boat. I will teach you some basic rules of survival. You'll be dead for sure without them. Steige in Kovacs Boot und fahre für deine erste Überlebensmission zu seiner Insel. Der hat eine eigene Insel. Und in welches... Wie, ich kann nochmal mit dem sprechen? Ja, ja, wo ist denn der Boot? Da oben, 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 oben. Hier oben. Oh, da kommt hier so ein ekligger dicker. Da ist ein Boot, da ist ein Boot sein, äh, äh. Lavendida Island, ich hab mal gedrückt, ich war mal so frei. Ja, ja, gut. Oh, guck mal, Los Riscos Island, Los Rwanda Island, keine Ahnung. Also. La Isla Bonita. Jetzt ist gern Raffaello am schönen Sandstrand. Klar, dann bist du noch in der Pfafferkei. Ach, guck mal, Möwen. Wo? Ist ja der Affen. Ja. Hi. Oh, oh, warte. Hi. Was denn? Hast du einen Trott gefunden? Ja, eine Taschenlampe. Ja, hast du da schon. Yay, Mission abgeschlossen. Hey. So. Hovec. Mit der Schweißermüsse... M-Must geht. Anna Zeleszak ist auch da. Der geht auch so wie so ein Affe. Oh, ein U-Tan. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Das ist das Thema der 6. Kapitel meiner Bibliothek. In Zeit, Sie werden mich bedankt für diese advice. Aber erstens, Sie müssen etwas Essen bekommen. Ich werde es nicht nur für Sie geben. Sie müssen für Sie sich selbst finden. Sie können viel Essen finden hier, once Sie wissen, wie Sie es sehen. Sie sehen, die woods? Da sind viele Routen zu essen. Versuch, nach der Headland. Find zwei oder drei Routen zu essen. Du wirst sofort besser fühlen. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, dann bemerkst Sie an mein Buch. Jedes Kapitel gibt Ihnen kritische Informationen, die Ihnen helfen wird, Sie zu leben. Sei vigilant. Infeckelte Soldaten sind in dieser Bereich. Entstanden? Sie sind auch müde. Also, töte sie, bevor sie Sie töten. Finde Kasava-Wurzeln und iss sie, um deine Energie zu steigern. Zwiebeln also. Oh. Die Hungeranzeige. Ähm. Was? Was? Was will er denn? Ach so. Aha. Ich will mal ganz kurz wissen, wie man das Buch aufmacht. Ist es auch hier? Wo müssen wir hin? Na unten. Na unten. Da unten hin müssen wir auch. Ja. Das glaubt keiner hier. Fährt ein Käsehörn? Ne. Wir müssen hier hoch. Oh oh. Oh. Wir müssen den Soldaten die Helme runterschlagen, Marco. Oh. Hier geht schon ums. Oh alter was ist hier los? Oh. Ich hab' einen Helm. Ich hab' noch einen Helm. Ich hab' noch einen Helm. Kann man die einsammeln? Ja, ja. Oh, entschuldige. Wieso hab' ich keinen Helm? Wieso hab' ich keinen Helm? Wo ist meine, den ich gerade runtergeschlagen hab? Ja, warte mal. Ich muss noch mal. Ah da. Ausrüsten. Kann man die tagen? Warte mal. Äh. Den fallen lassen. Ah, ich hab' noch. Ich hab' noch einen. Hast du einen? Ja, ja. Hast du einen? Ja gut. Ich hab' nämlich auch einen. Oh, ich hab' ne Wurzel gefunden. Ne Wurzel? Ich hab' noch einen. Ah! Ach, das leckt mich im Arsch. Hier ist auch ein Buch. Warte. Ah, ja. Treff mich jedes Mal. Ich weiß nicht, was ich mach'. Ah. Und iss sie über dein Inventar. Okay. Dann essen wir sie mal gleich. Äh. Äh. Warte mal. Ich hab' ne. 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 Ich hab'n Punkt. Äh. Fähigkeit, Brandpfeile herzustellen. Ne, warte mal. Äh. Denk dran zu essen, ne? Lässt dich schneller erzielen. Wenn du gegen den Kopfschuss verpassen. Wenn deine Durst und Hunger. Pegel 2. Äh. Dann mach' ich das lieber. Ja, ja. Ich bin, ich bin voll. Ich bin voll. Mhm. Mhm. Ich hab' nichts zu essen. Du bist nicht voll. Du hast 17%. 16. Ah, 36 hab' ich jetzt. Oh, da ist noch einer. Äh. Erst mal alles aufsammeln, was hier rumliegt. Oh. Pflanzenkenner. Oh. Oh. Helm mit Knochen. Einfacher Helm mit Knochenschutz. Nett. Liedrig. Okay. So ein Nashorn. Den du? Den du wärst. Oh, ich hab' noch ne Pflanze gefunden. Mhm. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Äh. Was? Hab' ich, hab' ich Knochen überhaupt? Nö, hab' ich nicht. Warum hab' ich Knochen? Ist ja Kacke. Äh. 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 Ja. Ich hab' Knochen. Wollen wir das Buch hier noch angucken? Achso. Ja, klar. Pfff. Warte. Ah. Warte. 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 Und du? Warte. Oh. Ah, kein rohes Fleisch, gestürzt du. Also wenn wir irgendwo Rehe oder Hirsch oder Schweine finden, dann müssen wir töten und dann, ne? Das arme Tapir. Das ist voll doofer und dann helfen. Warum? Wir müssen noch weiter essen, glaube ich. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Oh, hier sind wir fertig. Herr Landkarte sind wir fertig. Echt? Ja, wir müssen wieder zu dem Typen hin. Yay, dann reden wir noch mit dem. Nein. Ja, aber hier oben sind doch alle... Hä? Komm mit. Ja, ich bin hier. Der sagt, ich bin hungrig. Warum bin ich hungrig? Hast du alle gegessen? Nö. Warum machst du das nicht? Essen. Ja, jetzt. Wollte ich mir eigentlich aufheben, weil ich dann immer noch irgendwas mit 40% habe? Ja, warum denn aufheben? Ja, 40% reicht doch. Warte mal, was ist denn hier? Oh, wütender Tapir. Mit dem Ding nimmt sich die Meute eher auf. Aber ein hoher Schutz. Du ist oben. Oh Mann, wieso komme ich über den blöden Baum herum? Ah, dann wollen wir mal mit dem Quatschen. Nein, gut. 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 Gut ist. 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 So, bevor wir jetzt anquatschen. Es ist schon wieder soweit. Wir werden die Folge jetzt hier beenden. Wir hoffen, das hat euch gefallen bis hierhin. Ich würde auch sagen, das ist jetzt mal die Session, die beenden wir jetzt auch hier, unsere Aufnahmesession. Das heißt, das ist so die ersten paar Folgen, die wir jetzt durchgespielt haben. Ihr könnt uns jetzt nochmal danach sagen, wie es euch gefallen hat. Das ist ein Feedback da. Ob wir das weiterspielen sollen. Ich hätte noch Lust drauf. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Margot. Ja, klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vielleicht könnt ihr auch nochmal sagen, ich habe überlegt, ob ich vielleicht eine Facecam einbaue, also in den nächsten Folgen. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal was zu sagen, wie ihr das seht. Wie ihr da Lust drauf habt auf eine Facecam. Guck mal eine Fratze. Ja, und dann vielleicht bis zur nächsten Folge. Kommt auf euer Feedback an. Und ja, macht's gut. Tschö tschö. Tschö tschö. Bäm.